Wetterupdate, liebe Zuschauer. Es wird heiß, heißer Sommer 2019. Und das sagen nicht nur wir, das sagen vor allem auch die Meteorologen und die Presse. Denn, liebe Zuschauer, diese Hitzewelle, die kommt auf uns zu. Und es wird einfach super heiß. Verzeihen Sie, dass wir hier gerade ein bisschen lachen. Die Anne-Kathrin ist da und da haben wir immer super gute Laune, weil wir uns so gut verstehen. Schauen wir uns jetzt aber mal an, was die Presse denn zu der Hitze sagt. Und da, liebe Zuschauer, sehen wir es. In wenigen Tagen kocht ganz Deutschland Hitzewelle mit Dauer 40 Grad droht. Dauer 40 Grad, das heißt natürlich auch eine Belastung für den Körper, für die Psyche. Und deshalb haben wir hier die passenden Möglichkeiten, sie abzukühlen. Ja, und wir haben auch allen Grund zur Freude. Denn die 40 Grad, da sagen wir, ist doch egal, ob es 40 oder 50 Grad sind. Denn wir können uns herunterkühlen. Denn ich habe heute tolle Verdunstungsluftkühler mitgebracht und sogar zwei Klimaanlagen. Und das sind wirklich neue Produkte. Die sind brandneu, momentan noch alle verfügbar. Aber ich sage bewusst noch, weil Sie wissen vielleicht auch aus dem letzten Jahr, dass unsere Luftkühler sehr, sehr stark nachgefragt werden. Klar, bei 40 Grad kann man das auch verstehen. So, liebe Zuschauer. Hier fangen wir an mit unserem Verdunstungsluftkühler. Und wenn Sie jetzt Luftkühler hören, keine Sorge. Denn all unsere Verdunstungsluftkühler, vergessen Sie hier, was Sie bisher gehört haben, von wegen man wird krank, man bekommt einen steifen Hals. Nein, denn hier arbeiten wir mit einem ganz natürlichen Prinzip. Nämlich Wasser wird hier verdunstet, dank einer Wabentechnologie. Die zeige ich Ihnen mal auf der Rückseite. Das haben wir einfach auf den Kabel geschnitten. Das ist auf den Kabel. So, jetzt haben wir es. Hier sind die Waben. Und hier wird dann das Wasser verdunstet. Ja, und das ist jetzt natürlich das Tolle. Dadurch hat man hier eine ganz natürliche Kälte. Das kennt man vielleicht, wenn man irgendwo im Urlaub ist, wenn man ins Wasser geht und man kommt raus, ein zarter Luftwind kommt. Und dann friert man auch so leicht. Das kennen Sie vielleicht auch. Und dieses natürliche Prinzip machen wir uns hier zunutze. Das ist jetzt natürlich ideal, wenn ich sage, Mensch, ich brauche sowas fürs Schlafzimmer. Ja, denn diese Verdunstungsluftkühler kann ich mir direkt ins Schlafzimmer stellen, ohne krank zu werden. Und dann kann ich mir gleich auch noch den Timer einstellen. Das ist hier möglich mit Hilfe der Fernbedienung. Und wenn ich dann einmal schlafe, ja, dann sage ich zum Beispiel nach einer halben Stunde soll der sich ausstellen. Und dann schläft man wirklich, man schlummert. Und das ist so wichtig, gerade bei der Hitze da vernünftig einzuschlafen. Und jetzt kommen wieder diese heißen Sommernächte, wo es teilweise nicht unter 20 Grad abkühlt. Deswegen ist das hier sehr, sehr wichtig. Aber außerdem, dass es hier meine Luftqualität erfrischt, dank Wasserverdunstung, haben wir ja natürlich auch noch Filter eingebaut. Das heißt, hier wird Hausstaub herausgefiltert. Das heißt, Sie haben hier eine enorm gute Luftqualität. Diese hier einatmen, saubere Luft und natürlich erfrischte Luft. Und das ist doch das, was wir wollen, oder? Das ist genau das, was wir wollen. Und auch den TV-Sonderpreis, den wollen wir. Bitte an dieser Stelle nehmen Sie es sich nicht zu Herzen. Und vor allem verzeihen Sie uns bitte, dass auch uns die Hitze zu Kopf steigt. Deshalb, liebe Zuschauer, ist ein Verdunstungsluftkühler einfach super wichtig. 151,95 Euro, versandkostenfrei. Der wird dann gleich zu Ihnen auch nach Hause bis vor die Haustür gebracht. Kommen wir noch mal genauer darauf zu sprechen, auf das Prinzip der Verdunstungsluftkühlung. Denn Sie kennen das wahrscheinlich auch. Sie waren mal bei 30, 35 Grad in den vergangenen Tagen im kühlen Freibad oder vielleicht auch mal an einem Badesee. So, es ist heiß. Sie denken irgendwann, Mensch, es wird zu heiß und Sie wollen sich im kühlen Gewässer abkühlen. Tauchen schön ein, kühlen sich ab. Und sobald Sie aus dem Wasser kommen und Ihre Haut noch mit einem leichten Wasserfilm benetzt ist und sobald ein kleiner Windzug über Ihre Haut streift, fangen Sie an zu frieren und es wird Kühlung. Genau das, Anne, ist doch der Effekt der Verdunstungsluftkühlung. Genau, und dieser Effekt macht uns ja auch nicht krank. Deswegen, wenn Sie sagen, ich reagiere da sehr empfindlich oder ich möchte etwas haben, wo ich das zum Beispiel auch auf der Terrasse nutzen kann, auf dem Balkon nutzen kann, wenn ich mich draußen, wenn ich ein Buch lese oder bei der Gartenarbeit, dann können Sie das auch sogar im Garten, auf der Terrasse und auf dem Balkon benutzen. Denn, ich hatte den ja gerade umgedreht, wir haben hier keinen Abluftschlauch. Das heißt, da ich hier keinen Abluftschlauch habe, kann ich das natürlich auch für draußen benutzen. Ich kann mich direkt davor setzen. Also es ist eine sehr angenehme Kälte. Das ist jetzt auch so mein Modell, was ich sehr gerne nutze. Oder wenn Sie zum Beispiel auch im Dachgeschoss wohnen. Also ist das eine ideale Lösung. Bitte? Ob du den hast? Ja, natürlich habe ich den. Ich habe mir den jetzt geholt, deswegen bin ich ja so begeistert von den. Und, liebe Zuschauer, was ist im Sommer noch, außer dass man schwitzt? Hin und wieder, wenn man schwitzt, was passiert? Es riecht vielleicht auch ein bisschen unangenehm nach Schweiß. Hier haben wir auch einen Ionisator eingebaut. Das heißt, hier werden selbst unangenehme Gerüche aus der Luft filtriert. Ob das jetzt Schweißgeruch ist oder ob das, wenn Sie gekocht haben, oder selbst Hausstaubbakterien, Viren, all das wird hier eliminiert. Und somit ist das natürlich auch ein fantastisches Ganzjahresprodukt, was ich eben auch nur als Ionisator einsetzen kann. Und ich kann den ja auch wirklich tagsüber zum Beispiel im Wohnzimmer stehen haben. Abends rolle ich den dann auch ganz gerne zum Beispiel ins Schlafzimmer, weil der hat ja hier vier Rollen. Ja, wenn wir uns das mal anschauen, hier sind da vier Rollen. Und da kann ich das wirklich ganz bequem von A nach B schieben und rollen. Es ist kinderleicht, es ist keine körperliche Anstrengung. Und das ist ja das Schöne, ja. Sie denken jetzt vielleicht, Mensch, wie soll ich das Gerät von A nach B transportieren? Ganz einfach hier wie so ein Einkaufswagen einfach nur rollen. Und der TV-Sonderpreis, der ist wirklich ein Kracher. Der ist nur speziell für Sie jetzt hier entstanden, aber nur jetzt in den nächsten zwei Stunden, stimmt's? Deshalb jetzt zugreifen und bestellen. Der TV-Sonderpreis, der ist zwei Stunden gültig, liebe Zuschauer. Aber das Kontingent, das ist sehr, sehr klein geworden und geschrumpft über die letzte Zeit. Deshalb heißt es schnell sein und zugreifen. Dieses Gerät, das Sie hier sehen, das kostet 280 Euro eigentlich im Handel. Das sagt die unverbindliche Preisempfehlung. 151,95 Euro jetzt heute hier für Sie. Deshalb bitte zugreifen. Versand kostenfrei direkt zu Ihnen unter der Bestellnummer Enix 9739 und der 569. Der ist super schön. Anne, du hast gesagt, dass wir hier zum einen einen Ventilator integriert haben, den Sie auf drei Stufen schalten können. Zum anderen haben Sie hier diesen Effekt der Verdunstungsluftkühlung. Das heißt, rein mit Leitungswasser, das Sie einfüllen, gepaart mit einer Steckdose, wird jetzt hier vollautomatisch diese Wabenstruktur, die Sie im hinteren Teil gesehen haben, mit Wasser benetzt. Und in Kombination mit dem Windzug, so wie Sie das zum Beispiel auch kennen, einfach von diesen vergangenen Freibad-Tagen, wird jetzt hier der tatsächliche Kühlungseffekt von 4 bis 5 Grad Celsius der Raumluft einfach eintreten. Ionisator hattest du angesprochen, sprich Luftreiniger und auch noch ein Timer. Das ist ja der Hammer. Und vor allen Dingen hat man auch sehr geringe Folgekosten. Wir reden hier von einem Stromverbrauch von 150 Watt. Das ist wirklich verschwindend gering. Ja, so Küchengeräte, die verbrauchen viel, viel mehr. Deswegen machen sich da gar keine Gedanken. Und es ist ja auch etwas, man investiert hier in seine Gesundheit. Wie schlimm ist das, weil man wirklich im Sommer weder schlafen kann, noch irgendwas machen kann, arbeiten kann. Selbst nur das Sitzen fällt ein Jahr schon schwer. Wir haben das ja auch im letzten Jahr erlebt. Und der Sommer, der hat jetzt erst richtig angefangen. Du hast es gesagt, ab nächste Woche drohen uns bis zu 40 Grad. Man muss gar nicht mehr... Ich habe das Gefühl, wenn man jetzt irgendwo in den Urlaub fliegt, da ist es momentan kälter. Ja, definitiv, liebe Zuschauer. Thema Erderwärmung ist natürlich auch hier bei uns präsent. Und Sie spüren das. Wir haben Anfang Juni und Sie sind jetzt schon so... Ja, außer Haus, liebe Zuschauer. Jetzt schon 40 Grad im Juni. Was soll denn im Juli, im August, im September noch auf uns zukommen? Das ist mehr als clever, wenn Sie jetzt heute hier zugreifen. Bestellnummer NX 9739 und die 569. Denn, Anne, wir haben ja gesehen, dass gerade in der nächsten Woche ja dann wirklich auch die 40 Grad Temperaturen Tag für Tag in großen Gebieten, in vielen Teilen Deutschlands, auf uns zukommen wird. Und da werden Sie Ihren Verdunstungsluftkühler dann schon zu Hause haben. Aber nur, wenn Sie heute hier jetzt bestellen, dann sind Sie wirklich vorbereitet und bekommen das komplette Set zum Spitzenpreis. Also wir wollen da ja auch wirklich keine Angst machen. Aber wenn man zum Beispiel den Sommer genießen kann, am Pool, im Garten, ist das ja toll. Aber wissen Sie, man kann ja nicht den ganzen Sommerurlaub sich dann freinehmen. Man muss ja auch mal arbeiten, vielleicht die Hausarbeit, kochen, ja, die Kinder, um die muss ich gekümmert werden. Oder gerade meine Oma, also die hat schon wirklich immer Panik, wenn sie nur das Wort Sommer hört. Ja, weil ab einem gewissen Alter hat man dann natürlich auch Probleme mit dem Kreislauf. Und da ist das so wichtig, dass Sie sich das jetzt nach Hause holen. Und endlich können Sie schlafen. Keine schlaflosen Nächte, dass man ständig in der Nacht aufwacht, ja, und man schwitzt dann. Und dann muss man vielleicht jedes Mal aufstehen, weil man sich nochmal kalt abduschen will. Das ist nahezu eine Qual. Und hier kommt die Lösung. Denn der Sommer soll doch nicht zerqual werden. Der Sommer, das ist immer, wenn man im Winter an Sommer denkt, dann denkt man, oh toll, Mensch, ich freue mich auf den Sommer. Kann ich genießen draußen und da hat man gute Laune. Und das wollen Sie doch auch mit dem Sommer verbinden, oder? Verbinden Sie gute Laune, ja, und das bekommen Sie jetzt, diese gute Laune, zum ganz, ganz kleinen Preis. Und das finde ich wirklich wichtig, dass Sie jetzt schnell sind. Weil, du erinnerst dich an letztes Jahr, Vivian, da waren die so schnell ausverkauft. Wir kamen auch mit Nachlieferungen, wir hatten einfach nichts mehr. Ja, vor allem, die sind ja ganz neu. Und das heißt ja auch für Sie, neueste Technik, die Sie hier immer bekommen. Und das sind jetzt alles hier neue Geräte, die wir Ihnen heute hier vorstellen. Deshalb ist das clever, jetzt zuzugreifen. Bestellnummer NX 9739 und die 56er. Und du hast es gerade angesprochen. Wie schön ist das denn, liebe Zuschauer? Also Sie haben hier Ihren Verdunstungsluftkühler. Es ist heiß draus. Ach, der Sommer ist da. Und Sie sagen sich, ach, erst mal ein bisschen entspannen. Schieben sich den Verdunstungsluftkühler zum Sofa, legen sich da hin und entspannen erst mal ein bisschen. Ja, und wenn Sie irgendwann Lust auf Sonnenstrahlen haben, gehen Sie mal auf den Balkon, auf die Terrasse, ziehen den Luftkühler einfach mit sich mit. Und wenn Sie da sagen, ach ja, jetzt reicht es zum Beispiel auch, nehmen Sie den Verdunstungsluftkühler wieder mit rein. Und dann diese Flexibilität, diese Anzahl an Möglichkeiten, den Verdunstungsluftkühler A einzusetzen. Und das hat Anne gesagt, im Innen, aber auch im Außenbereich, weil wir hier mit diesem Verdunstungsluftkühlungseffekt arbeiten, den Sie hier sehen, der ist natürlich mannigfaltig. 151,95 Euro, Anne, wir freuen uns doch eigentlich alle auf den Sommer nach dem langen Winter. Und mit dem Verdunstungsluftkühler, da kann man sich auch auf die heißen Temperaturen freuen, oder? Ja, eben, da kann man die schöne Sommerzeit wirklich in vollen Zügen genießen. Und da spielt es keine Rolle, ob man arbeiten muss oder nicht. Könnte man ja theoretisch auch sich ins Büro stellen, da profitieren dann auch mehrere Personen davon. Man arbeitet auch viel, viel konzentrierter, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man nicht mehr weiß, wo man sich noch hinverziehen soll. Und nicht nur wir Menschen profitieren davon, wenn sie Haustiere haben, werden sie auch wissen, Hunde, Katzen, die sich dann irgendwo verkriechen, weil sie es auch nicht mehr aushalten. Also hier profitiert jeder davon und Sie können den Sommer genießen und Sie profitieren auch heute wirklich vom Preis. Wobei heute ist übertrieben, eigentlich profitieren Sie ja nur die nächsten zwei Stunden. Ja, und solange das Kontingent verfügbar ist. Für 151,95 Euro stellen wir Ihnen hier die neuesten Verdunstungsluftkühler. Mit der Bestellnummer NX 9739 und der 569 kommt dieser wunderschöne Verdunstungsluftkühler zu Ihnen. Ja, und Sie genießen den Sommer. Auch hier wie Diana zum Beispiel, wenn Sie mal am Schreibtisch sitzen, am Rechner, wenn Ihnen da was heiß wird, wenn Sie gerade die Nachrichten online checken, schauen Sie, zack, ziehen Sie sich den einfach herbei und lassen sich ein bisschen runterkühlen. NX 9739 und die 569. Aber wir haben gleich zwei Verdunstungsluftkühler heute für Sie hier in dieser Runde und zeigen Ihnen die beiden neuesten Modelle. Und da kommen wir jetzt zum zweiten Modell. Da bin ich jetzt aber gespannt. Das ist jetzt unser zweites Modell. Wenn Sie sagen, ich habe riesengroße Räume, die ich runterkühlen muss oder zum Beispiel auch mal einen Partykeller oder Industrieräume, Lagerräume oder zum Beispiel auch Dachgeschoss. Das ist jetzt hier unser Leistungswunder. Ja, also hier passen jetzt 26 Liter Wasser hinein. Also das geht jetzt natürlich für größere Räume auch jetzt ab 25 Quadratmeter. Und schauen Sie mal, was hier für eine Power dahinter steckt. Und auch dieses Modell kühlt, reinigt und befeuchtet zugleich. Und das ist wirklich Wahnsinn. Und sehen Sie hier die Bluse, wie sie flattert bei Vivian. Und auch hier kann ich natürlich das jetzt mit ins Schlafzimmer nehmen. Ja, wenn ich sage, Mensch, schlafen fällt mir so schwer, dann stellen Sie hier den Timer ein bis zu neun Stunden. Und dann schaltet dieser Verdunstungsluftkühler sich auch automatisch aus. Hier ganz einfach am Display das Ganze einstellbar. Oder dann auch gerne mithilfe der mitgelieferten Fernbedienung, die man sich dann auch gerne mit zum Sofa nimmt oder zum Beispiel auch auf die Terrasse nimmt. Und das ist das Schöne. Unsere Verdunstungsluftkühler haben alle keinen Abluftschlauch. Ja, das heißt, Sie können das auch ruhig für die Terrasse benutzen und einsetzen, so wie wir das jetzt hier sehen. Sie können sich natürlich auch direkt davor setzen. Sie werden nicht krank. Also wenn Sie da so ein bisschen empfindlich reagieren, wie ich zum Beispiel auch, dann sind die Verdunstungsluftkühler genau das richtig. Oder wenn Sie sagen, Kinder, Mensch, den Kindern sagt man zwar immer, setzt euch nicht direkt davor, aber ob die das wirklich machen, ist das hier natürlich perfekt. Also auch hier wieder ein tolles Gerät. Es kühlt, es reinigt und es befeuchtet. Und heute für einen knaller Preis. Und was natürlich bei dem Modell schön ist, ist, dass Sie natürlich hier eine XXL-Ventilationsfläche haben. Das sehen Sie natürlich gleich auf den ersten Blick. Da erzählen wir Ihnen ja nichts. Sie haben ja den Unterschied schon gleich erkannt. Das heißt also, wenn Sie hier einen XXL, einen richtig leistungsstarken, haben möchten, der hat auch einen Thermometer hier integriert, unser Kraftpaket. Und greifen Sie bitte jetzt hier heute zu. Nicht für 400 Euro, so wie die unverbindliche Preisempfehlung hier natürlich gekennzeichnet wurde. Nein, für 218,45 Euro. Versandkosten frei mit der Bestellnummer NX 3144 und der 569. Wir bedanken uns natürlich hier schon an die Vielzahl an Bestellungen, liebe Zuschauer. Sie machen das natürlich toll. Und da sehen wir auch wieder, dass Sie wirklich auch clever sind, dass Sie wirklich auch schlau sind und dann auch wirklich hier gleich zugreifen und bestellen. Was meinen Sie, wie Sie sich auf den Sommer freuen dürfen? Sie können jetzt schon nach Ihrer Bestellung die Füßchen hochlegen und Sie wissen, Sie sind passend zur nächsten Woche, zu der Hitzeperiode einfach schon mit Ihrem Luftkühler gerüstet. Und dann so alles richtig gemacht. Wir haben aber heute hier nicht nur zwei Verdunstungsluftkühler. Hier gerade eingeblendet NX 3144 und die 569, die Bestellnummer für das Kraftpaket. Wir haben auch gleich unsere zwei neuesten Klimaanlagen mit hier in dieser Sendung. Die übrigens erst, und da muss ich Ihnen jetzt mal ein Geheimnis verraten, erst im kommenden Pearl-Katalog erscheinen werden. Als Titelprodukt. Und Sie, Sie haben exklusiv hier schon die Möglichkeit, den TV-Sonderpreis zu ergattern und auch eine Klimaanlage. Da sehen wir es. Da sehen wir das. Ich habe jetzt wirklich zwei fantastische Klimaanlagen für Sie. Zum einen sind die natürlich auch bezahlbar, wie Sie gleich sehen werden. Normalerweise sind Klimaanlagen sehr, sehr teuer. Und die andere Überraschung ist, die haben beide eine Energieeffizienzklasse A. Das heißt, sie sind im Verbrauch auch noch super sparsam. Mega. Und das ist wirklich genial. Endlich mal eine Klimaanlage, die nicht nur für mein Wohlbefinden sorgt, sondern die auch noch energieeffizient ist und bezahlbar ist. Und hier habe ich noch zwei weitere Überraschungen für Sie vorbereitet. Zum einen kann ich jetzt natürlich, wie Sie das wunderbar sehen, an meinem Display die Kühltemperatur einstellen. Zwischen 16 bis 30 Grad Kühltemperatur kann ich hier jetzt einstellen mit Hilfe der Fernbedienung oder wie gesagt das Display. Aber jetzt habe ich noch eine weitere Überraschung für Sie. Und zwar sehen Sie das kleine WLAN-Zeichen über den Power-Knopf. Das heißt, ich kann meine Klimaanlage mithilfe von meinem Smartphone steuern. Zum Beispiel, wenn Sie jetzt sagen, ich habe ein Smartphone, lade ich mir kostenlos eine App herunter. Ja, und dann kann ich das Ganze hier mit steuern. Oder vielleicht haben Sie sogar eine Amazon Alexa oder einen Google Assistant. Dann können Sie per Sprachbefehl Ihre Klimaanlage ein- und ausschalten. Ich zeige Ihnen das mal hier, wenn wir mal direkt hier neben die Klimaanlage gehen. Drückt Sie sich ins Bild. Schauen wir uns das mal an. Jetzt mache ich die mal aus. Achtung. Schauen Sie, jetzt gehen die Lamellen gleich zu, weil ich sie ja ausgestellt habe. Das ist ja. Und jetzt wieder anstellen. Jetzt kann ich die natürlich nicht nur an und aus machen, sondern kann jetzt hier auch meine Temperatur einstellen, Timer-Funktion einstellen. Und das Beste ist, wenn Sie jetzt sagen, na gut, mit dem Handy finde ich eine Spielerei. Nein, das ist richtig intelligent. Denn wenn Sie die App benutzen, können Sie auf Dauer sogar richtig viel Strom sparen. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind bei der Arbeit. Eigentlich war es gar nicht für heute so warm angesagt, aber es ist richtig warm geworden. Dann sagen Sie, Mensch, in einer Stunde soll sich meine Klimaanlage einstellen. Das stellen Sie von der Arbeit aus oder wo auch immer Sie sind, stellen Sie das ein. Und dann kommen Sie nach Hause, die Wohnung ist heruntergekühlt und dann können Sie das Ganze genießen. Ja, also das ist doch wirklich super intelligent. Und da kann man den Sommer dann auch wirklich in vollen Zügen genießen. Ich finde das genial. Ich finde das auch genial. Die Frage, die Sie sich natürlich jetzt hier an dieser Stelle stellen, ist Verdunstungsluftkühler oder Klimaanlage. Und da muss man einfach ganz klar differenzieren. Ein Verdunstungsluftkühler arbeitet ohne Abluftschlauch. Mithilfe des Verdunstungsluftkühlungsprinzips, das haben wir eben erklärt, und damit erreichen Sie einen Temperaturunterschied von 4 bis 5 Grad Celsius. Aber gepaart mit der Ventilation fühlt es sich wirklich an wie 10 bis 12 Grad. Wenn Sie aber sagen, Ihnen macht der Kreislauf einfach zu schaffen. Und Sie möchten vielleicht wie in den südlichen Ländern zum Beispiel, wie Sie das aus dem Urlaub auch gewohnt sind, jetzt haben wir ja Temperaturen wie im Süden mit 40 Grad, da möchten Sie auf eine Klimaanlage setzen. Da möchten Sie gezielt auf das Grad genau eine Temperatur in Ihrer Wohnung, in Ihrem Schlafzimmer zum Beispiel einstellen. Dann ist natürlich eine Klimaanlage das Richtige für Sie, weil Sie da egal welche Außentemperatur Sie haben, gezielt auf das Grad genau Ihre Wohlfühlraumtemperatur einstellen. Und das ist der ganz große Unterschied hier zwischen Verdunstungsluftkühler und Klimaanlage. Das ist natürlich ein mega Luxus und eine Lebensqualität. Ich wiederhole nochmal, du hast gesagt, dass man hier alles per App oder auch per Fernbedienung einstellen kann. Sie haben hier jetzt auch natürlich die Möglichkeit per WLAN zu agieren, zum einen über die kostenfreie App. Das heißt, Sie können dann individuell, wo Sie gerade unterwegs sind, zum Beispiel sagen, Sie schalten die Klimaanlage ein. Oder vielleicht ist es ja auch so, der Wetterdienst sagt, es wird 40 Grad und es werden aber dann nur 26 in Ihrer Region, hat es geregnet. Dann schalten Sie die schon mal aus einfach auf der App, dann müssen Sie die ja gar nicht laufen lassen. Ja eben. Aber dieser Effekt und das ist das Schöne, Anne, es ist heiß draußen und wir kennen das aus den Urlaubsländern im Süden. Würden Sie ein Hotel buchen ohne Klimaanlage, irgendwo in Spanien oder in der Türkei oder in Ägypten? Niemals, oder? Das ist immer Prämisse, dass man weiß, dass man sich dort einfach entspannen kann. Wenn Ihnen die Temperatur draußen zu heiß wird im Urlaub, haben Sie sich auf Ihr Hotelzimmer verkrochen. Und genau diesen Effekt tun Sie sich mit der Klimaanlage jetzt nach Hause. Ich persönlich würde nie ein Hotelzimmer im Süden ohne Klimaanlage buchen. Ich auch nicht. Deswegen hier holen Sie sich die optimale Klimaanlage nach Hause. Sie sieht super schick aus. Sie kommt auf Rollen. Ja, dann kann ich sie wirklich komplett von A nach B schieben. Und die ganze Familie profitiert davon. Schauen Sie mal hier die Kinder, selbst den Kindern. Es ist ja nicht nur bei uns Erwachsenen so, dass wir dann wirklich die Hitze nicht mehr tragen, sondern auch bei den Kleinsten. Und wenn man sich nicht direkt davor setzt, es gibt ja immer so diese Gegner, die sagen, Klimaanlagen machen krank. Die machen nur dann krank, wenn sie sich direkt davor setzen. Aber wie hier in dem Raum dann zu spielen, das macht nicht krank. Und nochmal, Sie können ja natürlich jetzt auch sagen, Mensch, wenn ich noch nicht zu Hause bin, schalte ich schon mal die Klimaanlage ein mit meiner kostenlosen App, die ich mir vorher heruntergeladen habe. Und wenn ich nach Hause komme, kann ich das ja dann ausschalten. Wenn der Raum einmal heruntergekühlt ist, dann hält das ja auch eine Zeit lang an. Aber hier sehen wir das sehr, sehr schön. Ich kann das wirklich überall hinstellen. Wer jetzt sagt, naja, Moment mal, der Abluftschlauch, muss ja irgendwie raus? Muss ich da jetzt ein Loch durch die Wand bohren? Nein, wie man das noch viel intelligenter und schneller macht, das zeigen wir Ihnen gleich noch. Und schauen Sie sich mal hier, wie sich die Kinder freuen. Weil im Sommer, es leidet wirklich jeder. Nicht nur wir Erwachsenen, die Kinder, natürlich auch die Haustiere. Und das ist doch unbezahlbar. Guck mal, ist das nicht toll? Da ist die ganze Familie glücklich. Jeder profitiert davon. Und man hat das ja auch gerade so bei kleinen Kindern, die können ja nicht sagen, ich schwitze oder mir ist warm. Das muss man dann auch als Elternteil erfüllen. Und deswegen hier so wichtig, holen Sie sich diese Klimaanlage jetzt und die nächsten zwei Stunden für den besonderen Preis. Weil der ist wirklich nur für unsere Pearl-TV-Zuschauer gemacht. Sie haben es eben im Katalog gesehen, 400 Euro ist der Katalogpreis, Titelprodukt des nächsten Kataloges. Für Sie aber jetzt schon liefer- und bestellbar und reduziert. Für 379,95 Euro auch versandkostenfrei. Deshalb greifen Sie da wirklich zu und rufen Sie an. Wir müssen uns einfach auf die Temperaturen einstellen. Es wird einfach heiß. Und deshalb ist dann natürlich auch die Konsequenz, zu einer Klimaanlage einfach zu greifen, mit der Sie viele Jahre Freude haben werden. Und mit denen Ihnen auch die Außentemperaturen komplett egal sein können. Das ist einfach das Schöne. Und vor allem sind Sie mit einer Klimaanlage natürlich auch gesundheitlich sehr, sehr förderlich jetzt hier. Warum? Weil Sie erholt schlafen können. Weil Sie durchatmen. Weil Sie Ihrem Kreislauf auch was Gutes tun. Wenn Sie einfach in klimatisierte, gekühlte Räume kommen, wo Sie auch Ihren Körper runterfahren können. Und wenn Sie jetzt schon in den vergangenen Tagen Probleme damit hatten, ist eine Klimaanlage das Richtige für Sie, liebe Zuschauer. Diese drückende Luft, diese Schwüle, diese Hitze, es wird noch schlimmer. Wichtig ist, dass wir am Wetter nichts ändern können. Aber wie wir mit dem Wetter umgehen, daran liegt ja selbst was an uns. Und deshalb hier, liebe Zuschauer, zugreifen. NX 97,65 und die 569. Schauen wir mal auf perl.de, damit Sie die Preisersparnis sehen. 400 Euro, liebe Zuschauer, im kommenden Katalog. 379,95 Euro für Sie. Ich finde wirklich eine Klimaanlage eine tolle Technik. Und Anne, können wir noch mal kurz auf diese App-Technik eingehen? Denn das fand ich wirklich ganz, ganz clever und ganz toll, dass man da jetzt auch von überall aus agieren kann. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mal unterwegs bin und entscheide mich, ja, wenn ich nach Hause komme, über die App um 13 Uhr zum Beispiel die Klimaanlage zu starten, möchte aber noch mit Freunden was essen gehen, kann ich das dann hier auch nochmal nach Belieben dann einstellen? Das stimmt. Also hier, wie gesagt, an- und ausschalten, ganz einfach mit diesem Knöpfchen, also das ist auch wirklich rein intuitiv zu bedienen. Und dann habe ich hier die Timer-Funktion. Und da kann ich jetzt natürlich hier dann das Ganze einstellen, wann die sich einschalten soll, beziehungsweise wann die sich dann auch ausschalten soll. Es ist spielend einfach, dann das Ganze hier mit OK bestätigen. Ich habe hier meinen Modus, was ich machen will, ob ich kühlen soll, ob es einfach nur der Ventilator ist oder eben aber auch der Befeuchter. Das stelle ich dann hier ein und gehe einfach nur auf OK. Also es ist so spielend einfach in der Bedienung. Man sagt hier für Raumgrößen bis zu 44 Quadratmeter geeignet, aber das funktioniert natürlich auch, wenn Sie größere Räume haben, spielend einfach. Aber ich kann Ihnen nur sagen, genießen Sie den Sommer. Weil krank im Sommer zu sein, das bringt niemanden was, wenn man wirklich Kreislaufprobleme hat. Aber hiermit holen Sie sich das Nonplusultra nach Hause, diesen Brand neu. Wenn Sie jetzt noch den aktuellen Katalog zu Hause rumliegen haben, da werden Sie die beiden Modelle noch gar nicht finden. Denn das sind Modelle aus dem kommenden Katalog. Das heißt, Sie sind einer der Ersten, der diese brandneuen Klimaanlagen dann endlich zu Hause in den Händen hält. Und wenn Sie jetzt sagen, naja, aber im Sommer eigentlich bräuchte ich eins für die Küche, eins fürs Schlafzimmer, eins fürs Wohnzimmer, muss ich mir jetzt drei kaufen? Nein. Das Schöne ist, dadurch, dass wir hier so flexibel sind, wir haben nämlich nachher gleich noch eine tolle Lösung für Sie, wie man den Abluftschlauch nach draußen bringt, sind Sie auch vollkommen flexibel. Das heißt, den können Sie bequem in die Küche rollen, ins Schlafzimmer rollen, egal wo Sie die Klimaanlage stehen haben möchten. Sie können das überall aufstellen und platzieren und dann natürlich davon auch profitieren. Und das Ganze natürlich mit einer Wahnsinns-Energieeffizienzklasse von A. Früher, die Klimaanlagen, die haben richtig viel verbraucht, aber das hier ist wirklich super sparsam, auch im Verbrauch. Also es ist wirklich Gold wert, wenn man das zu Hause hat. Und ganz ehrlich, eine Klimaanlage lässt man ja auch nicht den ganzen Tag zu Hause laufen. Die ist ja so leistungsstark, dass es wirklich reicht, wenn man die so für eine halbe, für eine Stunde oder für zwei Stunden mal einstellt und danach kann man die ausstellen. Das ist ja nicht wie bei einem Ventilator, dass man den ständig laufen lassen muss. Wenn die Raumtemperatur einmal heruntergekühlt ist, kann man die ruhig wieder ausstellen. Von daher verdient hier wirklich ein Kracher mit Energieeffizienzklasse A. Seien Sie da jetzt aber schnell. Wie gesagt, ist zwar noch brandneu, aber mal schauen, wie lange wir die noch im Sortiment haben. Ja, aber wir haben ja schon gesehen, dass Sie clever sind. Sie haben ja auch schon bei unseren Verdunstungsluftkühlern zugegriffen. Und das ist auch richtig. Sie können natürlich gerne auch kombinieren. Warum denn nicht? Eine Klimaanlage für die Innenräume ist wirklich etwas ganz, ganz Tolles, was fein ist. Hier NX 9765 und die 569, Ihre Bestellnummer. Und dann, wenn Sie sagen, Mensch, zum Beispiel jetzt auch auf der Terrasse im Gartenbereich, da man Luftkühler, ist natürlich auch eine schöne Möglichkeit. Oder zum Beispiel auch einen Badezimmermann-Verdunstungsluftkühler mitnehmen, wenn man aus der Dusche kommt und gleich wieder klebt. Da sind die wirklich auch ganz hervorragend einzusetzen. Vielleicht auch für den Schlafraum zum Beispiel. Aber im Wohnzimmer, da wo Sie sich täglich dann aufhalten, da erstmal für so eine Grundkühle sorgen mit einer Klimaanlage. Also Sie sehen, die sind sehr, sehr schön zu kombinieren. Hier unsere Produkte, die wir Ihnen zeigen. Deshalb hier zu greifen, 379,95 Euro. Wir haben die noch eine Nummer größer und auch mit einer zusätzlichen Funktion. Die blenden wir Ihnen jetzt auch nochmal rein. Genau, denn jetzt kommen wir zu einem Ganzjahresgerät. Da werden Sie wirklich Bauklötze staunen. Als ich heute diese Klimaanlage vorbereitet habe, auch ich wusste gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Denn hier reden wir von einer Klimaanlage, die kühlen kann. Klar, wie es ja auch der Name schon sagt. Dann hat die die Entfeuchtungsfunktion, die hat die Ventilatorfunktion. Das heißt, da wird dann einfach nur Wind gepustet. Ja, Ventilator kennen Sie. Aber wir haben noch eine vierte fantastische Funktion, die dieses Gerät zu einem Ganzjahresgerät macht. Nämlich eine Heizfunktion. Wow! Ja, und das ist super cool. Ja, also hier haben wir wirklich ein Klimawunder, ein absolutes Ganzjahresgerät für so einen minimalen Preis. Und nicht nur der Preis ist minimal, den werden wir auch gleich nochmal erläutern, sondern auch hier reden wir wieder von einem, ja, also minimalen Stromverbrauch. Auch hier reden wir von Energieeffizienzklasse A. Sie sehen jetzt hier schon, wir reden hier von 12.000 British Turn Unit pro Stunde. Das heißt, hier können Sie jetzt auch größere Räume herunterkühlen, bis zu 55 Quadratmeter. Das heißt, wenn Ihnen die Leistung jetzt nichts sagt, ja, also wir reden hier von einer Leistung von 3.600 Watt, braucht aber nur 1.370 Watt. Ich kann damit nichts anfangen. Aber ich kann was mit dem Begriff anfangen, dass die gerade mal 35 Cent pro Stunde verbraucht. 35 Cent. Ich finde, das sollte meine Gesundheit wert sein, oder? Ach, selbstverständlich. Ich meine, da geht es ja jetzt auch nicht um Centbeträge, oder? Es geht darum, dass man die 40 Grad Celsius auch über mehrere Wochen und Monate aushält. 12.000 BTU, noch schneller hier die Runterkühlung, die Sie haben, bitte. Wir haben natürlich hier Räume bis, liebe Zuschauer, Räume bis 55 Grad Quadratmeter. Aber Sie können natürlich auch gerne kleinere Räume einfach noch schneller, noch effizienter runterkühlen. Hier mit der Heizfunktion für 446,45 Euro. Gleich sehen Sie, was ich drunter habe unter der Bestellnummer NX 9766 und der 569. Schauen wir noch kurz auf Pearl.de, damit wir Ihnen die Preisersparnis zeignen. Von 800 Euro unverbindlicher Preisempfehlung auf 470 Euro Pearl.de Preis. Hier für Sie jetzt heute 446 Euro, 45 und bitte Kühlleistung, innovativ wie sonst was, liebe Zuschauer. Dank dieser App-Steuerung, die wir hier haben und das natürlich auch gerne sprachgesteuert, wenn Sie da einen Assistenten zu Hause noch haben. Die sehen aber auch super schick aus. Und ich finde, das ist auch wichtig für eine Klimaanlage, dass Sie schick sind. Schön mit der hellen Front, die wir hier haben. Ganz einfach und toll gemacht. Super, super schön. Greifen Sie dazu. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben die richtige Entscheidung getroffen. Gerade in Kombination mit einem Verdunstungsluftkühler können 60 Grad kommen, liebe Zuschauer. Die werden wahrscheinlich nicht kommen, aber 60 Grad können kommen. Sie sind gerüstet und wir rüsten Sie jetzt noch bezüglich der Abluftschläuche. Genau. Normalerweise, ich habe das ja vorhin schon gesagt, Sie sehen hier den Abluftschlauch. Und der hier, der muss ja irgendwo nach draußen geführt werden. Das ist ja das bei Klimaanlagen. Jetzt müssen Sie allerdings kein Loch durch die Wand bohren. Ihr Vermieter wird es Ihnen danken. Sondern Sie haben hier so eine Fensterabdichtung. Und da würde ich Ihnen empfehlen, gleich mehrere zu bestellen. Die werden hier per Klettband angebracht an Ihren Fensterrahmen. Und dann kann man den Abluftschlauch dann einfach da durchführen. Und wie gesagt, wenn Sie mehrere bestellen, können Sie dann die Klimaanlage auch wirklich in mehrere Räume platzieren. So einfach war das noch nie und vor allem auch wiederverwendbar. Das Ganze wird einfach nur mit doppelseitigem Klebeband befestigt. Das ist auch schon mit dabei. Und für 16,10 Euro ist doch der Wahnsinn, oder? Der Hammer. Vor allem, liebe Zuschauer, die sind so schön weiß gehalten. Die sehen auch super aus. Sind auch an Dachschrägen selbstverständlich einzusetzen. Und die sind in der Waschmaschine waschbar auf 40 Grad. Also auch super pflegeleicht. 16,10 Euro. Gerne mehrfach zugreifen. Wenn Sie jetzt hier bei unserer mobilen Klimaanlage zugegriffen haben, damit Sie Küche, Wohnzimmer und Schlafzimmer auch mal mit den Fenstern abdichten können. Je nachdem, wo Sie die dann nutzen möchten, können Sie da einfach mitnehmen. PV 73, 78 und die 569, die Bestellnummer. Liebe Zuschauer, gehen Sie jetzt sofort in die Leitung. Denn für 16 Euro ist das wirklich eine riesen Preisersparnis. Ja, dann müssen Sie auch nicht mit dem Vermieter Rücksprache halten. Denn wenn Sie ausziehen, ist das Ganze ja auch dann ganz einfach wieder ablösbar. Und hier sieht man nochmal, wie wir, was da für eine Power dahinter steckt an der Klimaanlage. Ja, endlich kann man das auch wieder genießen und sich freuen im Sommer. Ja, es ist immer so, alle klagen immer nur über die Hitze, alle meckern und alle schimpfen. Derweil haben wir uns das Ganze ja eigentlich darauf gefreut. Und jetzt können Sie sich auch freuen, denn Sie können den Sommer genießen. Alles, was Sie dafür brauchen, sind natürlich unsere Klimaanlagen. Also, liebe Zuschauer, das ist super wichtig, dass Sie jetzt sofort in die Leitung gehen. Wir haben Spaß, liebe Zuschauer, meine Güte. Wir machen so viele Sendungen und sagen Ihnen, wie wichtig das ist, einen Verdunstungsluftkühler oder eine Klimaanlage zu bestellen. Sie wissen selbst, dass es heiß wird. Sie wissen auch selbst, dass es unerträglich ist. Haben Sie Spaß, holen Sie sich eine Klimaanlage. Ob Sie den Spaß mit dem Abluftschlauch haben oder einfach mit den gekühlten Räumen. Das ist ja komplett egal. Es ist auf jeden Fall ein Traum. Es ist eine Erleichterung für die heißen Sommermonate. Es macht einfach Spaß, darüber zu sprechen. Es macht Spaß zu sehen, dass Sie hier zugreifen, dass Sie sich kühlen und Ihrer Gesundheit was Gutes tun. Und auch die fliegenden Haare, die machen auch Spaß. Gehen Sie hier wirklich in die Leitung und rufen Sie an. Können Sie die Haare aus dem Gesicht bitte machen? Wir haben Spaß, liebe Zuschauer. Also, hier tolle Verdunstungsluftkühler in der XXL-Variante für Sie und die neuesten Klimaanlagen, die wir im Produktportfolio haben. Jetzt liegt es an Ihnen, ob Sie kombinieren, ob Sie reinen Verdunstungsluftkühler bestellen oder natürlich auch hier Klimaanlage und Abluftschlauch mit der PV 73, 78 und der 569. Wir fassen für Sie natürlich an dieser Stelle nochmal zusammen und gehen zurück zu unserem ersten Verdunstungsluftkühler. Genau, zwei wundervolle Verdunstungsluftkühler durfte ich Ihnen hier zeigen. Auch die sind brandneu, deswegen steht hier noch lieferbar. Ja, also, wenn Sie die jetzt bestellen, kommen die innerhalb von zwei, drei Werktage zu Ihnen nach Hause und die machen nicht krank. Da können Sie sich wirklich direkt davor setzen. Und das Tolle an Verdunstungsluftkühlern ist, dass ich die eben auch für den Außenbereich nutzen kann. Egal ob Balkon, Terrasse, Garten, wo auch immer Sie das einsetzen möchten, das geht überall. Und dank des Ionisators entfernt man hier sogar nach Gerüche und Staub und Pollen und Viren. All das, was uns krank macht, ist ja momentan auch noch die Pollenzeit. Und auf Rollen kommt es natürlich auch daher. Und somit kann ich es überall einsetzen, wo ich das gerne möchte. Und bezahlbar ist es auch noch. Mit 151,95 Euro, Versandkosten frei unter der Bestellnummer Enix 97, 39 und der 569. Jetzt kommen wir zum Größten hier in der Riege. Der liebe Zuschauer für 218,45 Euro, Versandkosten frei für Sie erhältlich. Also gerade, wenn Sie auch größere Räume haben, Lagerräume oder Dachgeschoss oder Kellerräume oder auch hier einen großen Garten und wollen natürlich nicht nur Sie herunterkühlen, sondern auch die Gäste, die Sie eingeladen haben, da kann ich den auch wunderbar einsetzen. Wir reden hier von einer natürlichen Kälte. Ja, das ist ein ganz natürliches Prinzip. Sie können da nicht krank werden. Auch wenn Sie sich genau davor setzen, ist das gar kein Problem. Und jetzt für 218,45 Euro. Dieser Preis, der gilt wirklich nur zwei Stunden, stimmt's? Und solange das Kontingent verfügbar ist, ich sage es extra noch mal dazu. Die Zuschauer, die schon bestellt haben, die dürfen sich freuen. Wir haben nicht mehr so viele Stückzahl davon auf Lager. Enix 31,44 und die 569. Ihre Bestellnummer 218,45 Euro. Spitzenpreis und das Versandkosten frei. Oder aber Sie entscheiden sich für eine Klimaanlage. Da, liebe Zuschauer, können Sie jetzt für 379,95 Euro zugreifen. Und die kann man sogar ganz bequem per App steuern. Mit dem Handy, haben Sie das schon mal gesehen, dass Sie die Klimaanlage direkt vom Smartphone aus steuern können. Das ist doch genial. Also da jetzt zuschlagen, wenn Sie sagen, Mensch, das ist ja, also ich habe jetzt wirklich, ich wohne im Dachgeschoss, bei mir nützt ein Verdunstungsluftkühler gar nichts. Dann muss natürlich eine Klimaanlage her. Und die ist jetzt wirklich auch noch bezahlbar. Bestellnummer Enix 97,65 und die 569. 379,95 Euro. Hier, liebe Zuschauer, die Klimaanlage, das kommende Titelprodukt hier auf dem neuen Katalog. Exklusiv für Sie schon reduziert, bestell- und lieferbar. Hier gleich zugreifen, 379,95 Euro. Die gibt es jetzt aber auch noch in der Ganzjahresvariante mit noch ein bisschen mehr Leistung jetzt hier für Sie. Das ist natürlich clever, wenn Sie sich vielleicht auch im Winter was zum zusätzlichen Heizen suchen. Genau, denn hier steckt nicht nur mehr Leistung dahinter, sondern hier haben wir auch gleichzeitig noch eine Heizung eingebaut. Also eine Heizfunktion. Und damit holen Sie sich wirklich ein fantastisches Ganzjahresgerät. Ein Kühlgerät, ein Entfeuchtungsgerät, eine Ventilationsfunktion und sogar die Heizfunktion. Und das alles in diesem Preis natürlich auch hier steuerbar per WLAN oder per Amazon Alexa und dem Google Assistant. Also hier bleiben keine Wünsche offen. Und wie gesagt, beide Geräte gehören zur Energieeffizienzklasse A. Das heißt hier super sparsam im Verbrauch. Was will man noch mehr? Mit der Bestellnummer NX9766 und der 569 kommt die für 446,45 Euro zu Ihnen. Und Sie können sich schon denken, worum es jetzt geht. Um den schicken Abluftschlauch, den wir auch ganz dezent aus der Miet- und auch aus dem Haus, hier Mietwohnungen und auch aus dem Haus befördern können. Und das mit Hilfe, liebe Zuschauer, einer Fensterdichtung, die wir Ihnen gleich auch noch hier zeigen möchten für 16,10 Euro. Unter der Bestellnummer PV 7378 und der 569. Genau, das bestellt man sich einfach direkt mit. Und das Schöne ist, wenn Sie später aus der Wohnung ausziehen und haben da jetzt wirklich mehrere bestellt und die ganzen Fenster da beklebt. Gar kein Problem, das kann man auch rückstandslos wieder entfernen. Alles, was Sie dafür benötigen, wird Ihnen selbstverständlich mit nach Hause geliefert. Und ich empfehle wirklich, bestellen Sie da mehrere davon, weil dann können Sie die Klimaanlage auch ganz flexibel einsetzen. Und dann tagsüber im Wohnzimmer, in der Küche oder im Kinderzimmer und abends dann im Schlafzimmer, ja, dann müssen Sie nicht vier Klimaanlagen kaufen. Da haben Sie recht. Also, Anne-Kathrin gibt Ihnen Spartipps mit auf den Weg. PV 7378 und der 569. 16,10 Euro. Wenn Sie natürlich vier Klimaanlagen bestellen möchten, können Sie das gerne machen, liebe Zuschauer. Eine reicht aber auch. Gehen Sie in die Leitung, rufen Sie an, dann gerne doch mit einem Verdunstungsluftkühler kombinieren, weil die sind wirklich auch clever, wenn Sie da einen Temperaturunterschied von vier bis fünf Grad tatsächlich oder aber auch gefühlten zehn bis zwölf Grad haben möchten. Sie haben heute hier die große Auswahl. Eins kann ich Ihnen sagen, noch nie hat der Sommer so viel Spaß gemacht wie mit diesen Möglichkeiten. Wir haben hier Spaß mit dem Abluftschlauch, wir haben Spaß mit den Klimaanlagen, dank der Abkühlung, die wir heute hier haben und natürlich auch mit den Verdunstungsluftkühlern. Genießen Sie den Sommer in vollen Zügen. Fühlen Sie sich wie im letzten Urlaub in den südlichen Ländern, wo es draußen heiß und stickig war und wenn es Ihnen nicht gepasst hat, haben Sie sich auf das kühle Hotelzimmer verkrochen und sich in das schöne gekühlte Bett auf das kühle Kissen gelegt. Alles richtig gemacht. Gleich in die Leitung gehen und bestellen und sich diesen tollen Effekt einfach selbst nach Hause holen und den Sommer in vollen Zügen genießen können. Viel Spaß.